Herzlich Willkommen bei EumeliLP zu einem neuen Part von Ocean Permit und wir sind unterwegs zu Matteo, genau, zu Matteo wollte ich noch und dann müssen wir zu Blümchen wegen irgendeiner Lieferung für Rainer, damit der seinen Sägedingsbums da verbessern kann und ja also haben ganz viel zu tun, ganz viel zu verbessern und zu machen und zu ach was weiß ich, ich weiß langsam nicht mehr, echt jetzt, so viel zu tun, ja und das müssen wir mal jetzt alles in Angriff nehmen, es gab so viele Neuigkeiten in Netzparts und so, also ja, sind schwer beschäftigt, so jetzt gehe ich aber erst mal zu Rainer, okay, Hallo, wie geht's? Mir gut, und dir? Ich habe über den klebrigen Saft nachgedacht, der hier aus den Bäumen austritt Nova möchte ein Bild aufhängen Okay, aber ich darf keine Nägel benutzen Ah, brauchst also Kleber, quasi Und das Einzige, was mir als Alternative einfällt, ist es irgendwie festzukleben Ja, braucht Sinn Wenn du etwas von diesem klebrigen Saft in die Finger bekommst, könntest du mir dann etwas davon abgeben? Bestimmt Danke, das weiß ich zu schätzen Ah, ja, jetzt brauchen wir auch noch Kleber Ich sag doch, man hat hier immer irgendwas zu tun, ne? So, warte mal, wo bin ich denn gerade? Ich bin hier Geht's da noch weiter runter? Und wenn ja, ach so, da ist die Eisenbahn Ich dachte schon Wo geht's denn da lang? Man rennt so selten in dieser Umgebung herum So Und das nächste Ding Oh, Russo? Was macht Russo denn da? Das ist sehr verdächtig Wo willst du hin, Jungspund? Erkunden Und was? Bist du ganz alleine hier? Wo ist Schwester Susalia? Keine Ahnung Du kannst doch nicht einfach alleine auf Erkundungstour gehen, Jungspund Hier draußen gibt es viele wilde Tiere Und ich will nicht, dass dir etwas zustößt Warum lassen mich Erwachsene nicht das gleiche wie sie selbst machen? Weil du nicht erwachsen bist Das ist die einfache Antwort Okay Das war jetzt einfach nur so ein kleiner Einspieler Oder was Sag mal, was ist hier los? Erkommt ein Ding nach dem nächsten Okay Hast du alles für das Badehaus Weidenbad, Olive? Nee Nicht wirklich Ich fürchte, in einem Monat wird mir der Saft ausgehen Tut mir leid, dass ihr warten müsst Das hier ist für dich Okay Hm, sieht auch nicht glücklich aus Was ist das? Ich habe 10 bestellt Aber das ist nur die Hälfte davon Tut mir leid In letzter Zeit ist einfach nicht genügend davon verfügbar Wir geben unser Bestes Damit wir dir nächste Woche mehr geben können Hm Scheinbar bist du nicht die Einzige, Olive Ja Die sehen alle ziemlich traurig aus Wenn ich in einer anderen Stadt einkaufte Kann ich mich von meinen Gewinnen verabschieden Hm Ich wette, Maya hat doch Hat euch alle gebeten, Überstunden zu schieben Um die Nachfragen zu befriedigen Äh, ja Ich glaube, ihm ist nicht klar Dass wir Probleme mit unserer Ausrüstung haben Ah Hm Also scheint das eher ein generelles Problem zu sein Mit der Ausrüstung hier im Ort Okay Hm Jetzt ist keiner da Nett Oh Ich kann das benutzen, um etwas zu kochen Aha Was denn? Hm Hallo Oh, hallo Eumeli Wir suchen nach einigen Zutaten für das Abendessen Ich habe in letzter Zeit viel als Vorrat angelegt Ich dachte, ich koche etwas anderes für Kips Ab und zu muss sie mal etwas anderes als Fisch essen Weißt du? Auch Katzen mögen mal was anderes als immer nur Fisch Habe ich recht, Kips? Aber ich konnte die bläulich-weiße Bären nicht finden, die ich für das Rezept brauche Ich glaube, ich habe eine Idee, was es ist Ich habe die ganze Gegend durchkämmt, aber ich hatte kein Glück Bevor ich auf diese Insel gezogen bin, waren diese Bären überall zu finden Und ich habe sie in fast all meinen Rezepten verarbeitet Die Schneebären, oder? Na ja Ich muss wohl einfach weitersuchen Komm schon Gehen wir los Und stellen woanders Nachforschungen an Tschüss ihr zwei Viel Glück Ich werde an euch denken, wenn ich irgendeine bläulich-weiße Bäre finde Ich schätze Schneebären oder so Aber ich bin mir nicht sicher Also hier kommen jetzt lauter Sachen, die mir selber noch nicht bekannt waren Also wie gesagt, es gab ja mal Updates Und es ist wohl das eine oder andere auch ansonsten hinzugefügt worden Das finde ich mehr als interessant So, wir laufen jetzt hier mal diesen Weg lang Und kommen mal wo an, wo wir irgendwie auch noch nicht waren Hier wohnt nämlich jemand Wenn wir mal rein können Ah, da ist er ja sogar Matthäus aus Guten Tag, mit dir haben wir auch schon Seit unserer Begrüßung am ersten Tag nicht mehr gesprochen Ich traue dir nicht Du könntest Unglück über die Insel bringen Ähm, ja, also da hat sich noch nichts dran geändert Ich weiß nicht, was Maya sich gedacht hat Ähm, ja Aber, ähm, ich hab was für dich Vielleicht hilft das ja ein bisschen Ein Geschenk für mich Du machst Witze, Alchemie-Genie Nö Vielleicht hilft das ein bisschen Ne? Äh, mein Januar Ich guck mich mal kurz bei dir um Ja? Hübsch, eine kleine Küche hast du da Äh, was machst du hier? Äh, ja, ich bin schon wieder weg Ist ja gut Gott, der rastet ja direkt aus, ey Ist ja okay Wir gehen ja schon Ich glaub, bei dem müssen wir vorsichtig sein Der Herr, der sieht gefährlich aus Doch Und sehr aggressiv Scheint da auch zu sein So, was hab ich denn jetzt alles noch zu tun? Ich, ich, ich Guck mal, so viel Neues kam jetzt dazu Alles Sachen, die überhaupt noch nicht auf unserer Liste standen Und jetzt sind wir fast zugeklatscht hier mit Sachen Hm Also, der Amboss möchte verbessert werden Und braucht Zeug aus dem Ödland Im Ödland können wir noch nicht Noch nicht Müssen wir, müssen wir jetzt mal freischalten Dann müssen wir mit Blümchen sprechen Das haben wir also auch noch nicht gemacht Auch wenn das gerade Äh, da war das Blümchen Hier braucht Rainer, äh, die Säfte aus dem Baum Okay, ja gut, das ist ja kein Ding Das kriegen wir hin Das ist überhaupt Der süß schmeckende ist vielleicht eher das Problem So, was haben wir denn da? Die Ranger haben Probleme mit ihren untauglichen Ausrüstungen Wie alle anderen auch Und, äh, ich soll was verantwortlichen dieses Problems informieren Also ins Polizeirevier sollen wird dafür Ich dachte eher ins Rathaus Aber gut, gehen wir ins Polizeirevier Und da habe ich doch richtig gedacht Schneeberge an Zecke Ah ja, okay, sehr schön Alles klar Das kriegen wir doch hin Ähm, gut Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt als erstes nochmal zu Blümchen Genau, da wollte ich hin Hallo du Das ist denen ihr Häuschen Och, guck mal wie süß Und ein Kaninchen im Stall da unten Glaub ich Könnte sowas sein Reiners Anfrage? Da muss ich mal einen Blick in die Papiere im Ranger-Posten werfen Komm mit Ja, ich komme Hm Ich glaube, Forrest hat die Anfrage völlig vergessen Was heißt? Sie liegt auf dem Boden Ähm, kein Wunder, dass er noch auf die Materialien wartet Kann ich helfen? Du willst uns helfen, die Dinge zu beschaffen? Na klar Ich habe ja sonst nichts zu tun Okay Hier ist seine Anfrage Hm 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 Bring die Sachen dann nachher direkt zu ihm Ja? Mach ich Würzig schmeckender Saft Und was war es noch? Was will er noch haben? Und nochmal süß schmeckenden Saft Wo kriege ich würzig schmeckenden Saft her? Oh nee Ich habe Angst Ich glaube, wir müssen uns dringend darum kümmern, dass wir ins Ödland kommen Das ist ja echt Oh Gott ey Leute, wir müssen da jetzt was tun Ähm Ne, machen wir es einfacher Machen wir es einfacher Ich renne jetzt nicht hier, äh Quer durch die Bude Ähm Hier waren wir doch schon ziemlich weit unten, ne? Genau, ja Okay Geht's da hin Wir müssen ins Ödland Wir müssen das jetzt anzückern Irgendwie Ich hab das extra vermieden Weil ich mir schon dachte, es kommt irgendwann Aber, ja Kommt doch schneller als gedacht Karges Ödland Na mal schauen Oha Was ist denn hier passiert? Hm Wusste ich doch, dass die beiden auch wieder kommen Elchimischini Warte mal Du kannst doch nicht da hingehen Äh, wieso? Was ist? Du hast im Moment keinen Zugang zu diesem Gebiet Dann weiß ich doch Ein Geysir dort muss erst in Ordnung gebracht werden Ein Geysir Er braucht halt die Brücke wieder drüber Wenn uns das gelungen ist Kommst du auch ins Karge Ödland Wir würden dir ja gerne dabei helfen Aber wir haben schon so viel zu tun Du brauchst zuerst eine Genehmigung von Maya Okay, die kriege ich ja Das ist, denke ich, noch das kleinste Problem Wie es aussieht, hast du die nötige Genehmigung noch nicht Ja, ich weiß Dann schlage ich vor, dass du erst mal mit Maya sprichst Ja, okay, mache ich Danke, tschüss Ja, okay, wir müssen dieses zweite Abzeichen Äh, Genehmigungsabzeichen Was steht da? Achtung, da vorne ist ein heißer Geysir ausgebrochen Oh ja, durch das Anlasen Humische Sachen Rohre und was weiß ich Na gut, okay Es ist auf jeden Fall jetzt angeleiert Das heißt, da können wir Ah! Sag mal, hat doch jetzt einer auf uns gespuckt Oder gefeuert Oder das sah aus wie eine Kanonenkugel oder sowas Hilfe! Nein! Wir werden schon wieder bedroht Jetzt kann nicht einfach mal alles friedlich und Friede, Freude, Eierkuchen mäßig sein? Hä? Das wäre doch echt mal was Ach, ich weiß was Oh Mann, jetzt ist es zu spät Mist Ich habe ganz vergessen, dass wir jetzt eine Küche haben Die wollte ich mir doch mal angucken Dann hätten wir bei Luke im Bauernhaus bestimmt irgendwelche Zutaten kaufen können Damit wir kochen können Na gut, wir gucken uns das gleich noch an Jetzt mache ich hier erst noch mal ein bisschen Zeug weg In der Hoffnung Ja, dass wir da noch mal was kriegen Und dann gehen wir heim und gucken uns unsere Küche an Und das nächste Mal, wenn wir dann unterwegs sind, müssen wir echt bei Luke vorbei Und, ähm, ja, also im Bauernhof vorbei und gucken, was es da Schönes gibt Am Essen und so Die haben ja bestimmt ganz viele tolle, leckere Sachen Ich muss aber heute auch Geld dafür haben Mal gucken, vielleicht können wir ja mit den Sachen, die wir hier schon gesammelt haben, irgendwas Gutes kochen Ich weiß es nur noch nicht Oder müssen wir erst Rezepte sammeln? Ich habe keine Ahnung Oh Gott, ja, komm, hau mal drauf, du Ähm Ja, 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 und du auch Okay, Balbo Hey, Frechheit Aber darf ich da ja hoch Komm Ja, 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 ist ja gut Ist ja gut So Das da Und Du schon wieder Ja Aua Hey Jetzt ist aber Schluss hier Hör auf mit dem Mist Süß schmeckt der Saft, okay Ja, wir brauchen ja eh ganz viel Saft, genau Ach ja Das ist das Saftproblem So, können wir jetzt hier auch nochmal ein bisschen Ne, 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 ne So Abmarsch Ja, damit Und du auch Ich muss leider auch mal gegen euch vorgehen Es tut mir ja leid Aber Oh, zwei Zweimal Käferbein Das finde ich geil Wurde das irgendwie erhöht Oder Ich bin irritiert Ich bin komplett irritiert So, waren wir denn hier schon nie Guck mal, wieder ein Käfer Komm, her damit Lalalala Hey Du kannst nicht einfach nach hinten abhauen Das habe ich nicht erlaubt Rette nach hinten weg Ich bin weg Such dir einen anderen Käfer Zum Zerklopfen So Und Was haben wir jetzt hier Ach, ehrlich Es ist so viel zu tun Es ist der Hammer Es ist echt der Wahnsinn Leute Ich muss wirklich vor der nächsten Aufnahmerunde mal irgendwann hingehen Und hier Na wie heißt es Vorher ein paar Sachen zusammensuchen Craften Guten Wie auch immer Was auch immer Das aber ein bisschen mehr Zeug auch zur Verfügung steht Dann wird wieder einer krank Dann braucht man wieder dies und das und jenes Und dann, ja Hast du nicht gesehen, ne? Na du Bär Was kriege ich bei dir? Schwarzes Fell Na gut Hier ist noch ein Baum Der hat ja bestimmt wieder irgendwelche Säfte Wenn das nochmal für den Saft Geschmackloser Der wird ja nun gar nicht gebraucht Ich brauche keinen geschmacklosen Saft Ich brauche andere Säfte Ach man, ehrlich jetzt Komm Wenn du schon gerade da so stehst Aua Na komm Drauf da Au drauf Armer Kiefer Mir tut die Tiere leid Na gut Aber was soll man machen, ne? Ach du schon wieder Ähm, ja Komm Hey Nicht einfach durch mich durch Das ist so, haben wir nicht gewettet Einfach durch mich durch Das geht nicht Hallo Ist hier hinten noch was? Also da ist nichts mehr Ich sehe vor lauter, lauter nichts mehr Oh, aber ich sehe was anderes Es ist Abend Es ist Zeit Wir sollten nach Hause gehen Bevor ich die Zeit wieder komplett vergesse Äh, hier So Und dann gucken wir uns jetzt unsere Küche an Gute Nacht, Schnuffi Mach's gut Du musst in deine Hütte Und ich gehe Hier Schaut euch das an Küche Oji Ist die hübsch Guck mal Da sind Zutaten Waschbecken In den Herd Eine Pfanne Wollen wir mal was kochen? Wir gucken mal Ob wir was kochen können Kochen Du kannst in der Küche In deinem Haus Mit dem Kochen beginnen Jedes Gericht benötigt Bestimmte Materialien Entschuldigung Und ein Rezept Hm Ach guck Ich hab Das hab ich schon mal Guck mal Da haben wir ein Rezept In einem knusprigen Teig Gebratener Fisch Einfach außer Es soll perfekt sein Okay Bratfisch mit Pommes Was brauch ich da? Noch einen weißen Fisch Wahrscheinlich Oder so Wahrscheinlich Ja Hier Fleischklösschen Da fehlt wahrscheinlich Das Fleisch dafür Hm Also Frikadellen Auf gut Deutsch Oh ja Die Kinder sind verrückt Danach ich auch Hier haben wir Irgendwas Da wissen wir noch nicht Was es ist Da haben wir zwar die Zutaten Aber wir wissen nicht Was es ist Das sieht aus wie Apfelsaft Äh Und Pilzsuppe Wir können eine Pilzsuppe machen Kommt Leute Wir machen uns jetzt eine Pilzsuppe Kann ich die Ähm so Und dann Ah Ich mach mir mal Vier Stück Unser erstes Essen Wird gekocht Ist das schön Pilzsuppe Jawohl Ja Cool Haben wir sonst noch was? Ah guck mal Hier sieht man dann auch Was fehlt Da fehlt zum Beispiel Würde ich mal sagen Ein Apfel Und dann haben wir da auch Wieder irgendwas Aber wir müssen scheinbar Auch echt Die Ah Guck mal Die Rezepte sammeln Damit wir das dann Zubereiten können Machen wir uns mal So ein Milchshake Mit Pilz und Honig Oder was war das? Milchshake Ja Tatsache Cool Ah Okay Ja fein Und das war das dann Okay Ja super Leute Ey wir können kochen Ich find das genial Ich feier das Das heißt Wir haben jetzt Essen Im Inventar Das heißt Wenn wir mal Nicht zur Ähm Ins Badehaus können Weil die zum Beispiel Geschlossen haben Ah kein Kein Gejudel Sehr gut Warte mal kurz Dann können wir uns Was kochen So und jetzt muss ich gucken Ähm Ich muss gucken Ich hab Gerechnet Das Problem ist Ich denke Ich werde hier auch Den Part jetzt beenden Weil ich hätte zwar Noch ein bisschen Zeit Bis ich es müsste Aber das Problem ist Wenn ich es jetzt nicht mache Kann ich wieder Nicht abspeichern Und das ist dann doof Wir gucken aber Hier sind noch Sachen zum Gucken Das können wir uns noch antun Äh wartet mal kurz Äh ich gucke da Genau Hier Was gibt es denn Neues Pilz, Mais, Honig Haben wir Milch, Schneebären, Kartoffel Wir haben irgendwas Neues Scheinbar gefunden Ingwer kennen wir doch schon Trüffel kennen wir schon Weißes Fleisch Rosafleisch Wer sich das alles So im Einzelnen durchlesen will Der Ach Kochen Das haben wir jetzt Ja genau Die Pilz Super Aber da stehen dann auch Die Rezepte Ach guck So sieht das also aus Okay Ja Mit diversen Zutaten Milch und Honig Okay Das Was aussah wie ein Pilz Sollte Milch sein Apfelsaft Das Rezept haben wir auch schon Guck mal Gepresste Apfelsaft hat einen herben Aber erfrischenden Geschmack Und besteht aus zwei Äpfeln Mh Bratwisch mit Pommes Das haben wir auch Blaues Fleisch Was bitte ist blaues Fleisch Hä Habe ich noch nicht Kenne ich noch nicht Was ist das Blaues Fleisch Ähm Okay Also hier Ist man dann mit den Sachen Zugange Mal gucken Äh Hat er hier Ähm Da Auch wenn man mal länger Nicht gespielt hat Ähm Ist das echt interessant Hier Möbel Ne Kann man den Dekorieren Ja das wissen wir ja Und da Kochen Das ist jetzt Du hast Kannst in der Küche In deinem Haus Mit dem Kochen beginnen Ja Das war neu Und Vertrauen Gibt es dann sonst noch was Kesselbrauen Tränkebrauen Die Patientengesundheit Ich habe da nie drauf geguckt Aber ich glaube das war es auch schon Minispiele Werden hier nochmal erklärt Angeln Werkzeuge verbessern Tiere mit Schild Gequanzerte Tiere Und so weiter Genehmigungsabzeichen Ja da brauchen wir wieder eins Haha Ja Hä Warte So Genau Ja Nebenjobs Da 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 Das ist alles Ach das ist so genial hier Gebiete freischalten Das Also das haben sie hier wirklich gut gemacht Okay Aber dann würde ich sagen Haha Ich hocke mich jetzt mal Frech da hin Sieht immer am schönsten aus Danke mich wie gesagt nochmal fürs Zuschauen Oh ja Hatte Spaß Und wir gucken wie es Äh Im nächsten Part dann weiterläuft Und eventuell mache ich vorher Wirklich mal eine kleine Runde Und sammle einfach nur Sachen ein Mal gucken wie ich dazu komme Es ist halt auch immer eine Zeitfrage Ne Also Dann macht's gut Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss